mann 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 sag mal Uli ja spricht sich das nicht auch rum bei den Fischen dass da immer mal einer mit einer blauen Kappe draußen steht mit so einer albernen Angel und die Fische fangen will. Albernen Angel geht's noch? Das ist ne teure. Das ist ne Pilgrute okay das spricht sich rum das kann sein aber die haben ja auch irgendwann Hunger. Da war einer. Was? Ja da. Guck mal was das für ein kleiner das ist. Da kenn ich aus dem Aquarium größere. Da Uli wieder. Aber eine Idylle hier. Eine Idylle. Ruhe. Was denn? Warum denn? Mensch das ist nicht ideellisch. Da vorne ist noch ein Angler den stören wir. Oh da vorne ist noch ein Angler. Eine Idylle. Macht mich mal. Oh hier. Hattest du was gehabt? Ne aber wie die alle springen. Was ist denn das für bunter Fisch? Guck mal der hat so ein bisschen mit Orange. Das ist der Schwimmer und das unten drunter ist auch kein Aal. Das ist mein Wurm. Das ist der Schwimmer. Das unten drunter aus dem Uli sei Wurm.